Es ist uns eine große Ehre, Sie so zahlreich willkommen heißen zu dürfen. Zuerst begrüße ich unsere Kunden, meist vertreten durch ihre Helfer, die Architekten und Fachingenieure, die es uns ermöglicht haben, über 70 Jahre in dieser Branche zu bestehen. Dann begrüße ich ganz herzlich unsere Mitarbeiter, die es uns tagtäglich ermöglichen, auch die schwierigsten Bauaufgaben zeitgerecht zu lösen. Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr die Firma Rundholz gelebt. 1997 ist mein Sohn Stefan in die Firma eingetreten und so nach und nach ist der Wechsel dann vollzogen worden. Wenn es um Hoch- und Tiefbau in dieser Stadt geht und das wissen viele von denen, die heute hier sind, dann geht der Begriff Rundholz in der Stadt schnell um, aber auch über die Grenzen der Stadt mittlerweile ganz gut hinaus. Sie haben viele Baustellen in der Stadt. Ihr Vater hat gerade gesagt, eine Stadt, die nicht baut, die stirbt. Also ich glaube, das ist auch richtig. Wir sind im Augenblick ziemlich gut dabei mit dem Bauen. Man kann auch sagen, wir sind eine ziemlich große Baustelle. Wir fahren hier so. Andauern so viele Züge, he? Du hast für den Verkehr immer schon viel übergabt, oder? Ich könnte nicht arbeiten, gerade mit der Bahn. Streiken die nicht mal wieder? Übrigens, habt ihr den Bahnhof damals auch gebaut, neun Jahre? Nein. Wenn er reinkommt, sieht er aus wie frisch gestrichen. Der Maler, der mit der Kohle durchgebrannt ist, hat einen guten Job gemacht. Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensport. Wir fliegen die Strecke, Männer mit tun. Wir warten nicht und starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt als sehr licht. Flieger, grüße die Sonne, grüße die Sterne und grüße den Mond. Dein Leben, das ist ein Schäber, durch die Ferne, die keiner bewohnt. Dein Leben, das ist ein Schädel, das ist ein Schädel, der Sitzung, das ist ein Schädel. Vielen Dank.